Das war für mich auch nochmal eine interessante Erfahrung, einiges dazu zu lernen, wie man so einen Film nicht gealtet hat und vor allem, wie man die Bilder kriegt, die man nur will. Also ich hätte gedacht, es geht schneller, wenn man dann vor Augen hat, dass es doch bloß ein paar Sekunden sind, die dann gezeigt werden, aber es macht schon Spaß. Wir haben ja auch mal Fernsehaufnahmen gemacht, dass die also zigmal gedreht werden mussten, also das war mir schon ungefähr bekannt. So, wie ist es in Zukunft hier? Super, super, super. Super, super. Untertitelung des ZDF für funk, 2017